Gravel-Bike oder Fett-Bike? Nichts Falsches sagen? Gravel-Bike. Hi, ich bin's mal wieder, Marc, und wir sind heute hier auf dem Bike-Festival in Willingen. Einmal jährlich seit ca. 25 Jahren und sammeln ein paar Impressionen und Stimmen. Ja, ich nehme mich einfach mal mit und unser erster Gesprächspartner hier am Stand von Sauerland Tourismus ist der... Kevin, Kevin Osterfeld. Sehr cool. Ja, wir haben ja vorher schon mal gequatscht. Also ihr habt ja... Ich wohne ja hier und bin selber begeisterter Sauerland-Biker. Und was ist denn für dich so aus der Mountainbike-Sicht das persönliche Highlight, was du schon mal selber getestet hast? Ich war im Bike-Park in Winterberg und das fand ich schon ziemlich cool oder am schönsten eigentlich fand ich den Trail-Park. Wie viele Stürze hattest du? Einen halben. Einen halben, wo ich einfach nur so halb abgestiegen bin, da ging ganz gut. Ne, ich fand dieses naturnah in dem Trail-Park fand ich noch viel schöner. Und das ist so das, wo ich das am besten oder was ich am liebsten mache. Aber eigentlich fahre ich sonst auch ganz viel Rennrad auch noch hier im Sauerland. Ah, okay. Also du bist kein echter Mountainbiker quasi. Aber was ist denn ferner? Das ist ja die Definition, ein echter Mountainbiker. Was ist denn ferner? Würdest du dich eher, also wenn du ein Rennradfahrer bist hier im Sauerland, würdest du eher mit dem Mountainbike fremd gehen oder mit dem E-Bike? Dann lieber mit dem Mountainbike oder beides, Mountain-E-Bike fremd gehen. Okay, sehr, sehr gut. Ja und wenn du jetzt so die Gäste dir anschaust, sind ja auch sehr viele Holländer. Wie ist das denn so klischee-mäßig? Ist da was dran, dass die eher so, ja auch eher so fitnessmäßig unterwegs sind? Oder was habt ihr da so für Impressionen? Weil man sieht ja immer nur die Nummernschilder und denkt sich, okay, das war wieder ein Holländer. Ja, mit den Niederländern, jetzt hast du natürlich genau die Richtigen getroffen. Wusstest wahrscheinlich nicht, dass ich der niederländische Meister bin im Sitzvolleyball. Und deswegen habe ich ja schon dahingehend, trage ich seitdem auch sehr viel. Ich kann erstens kommunizieren mit denen und trage auch sehr viel Orange. Und von daher ist das, eigentlich kann ich ja seitdem da nichts mehr gegen sagen. Ihr seid vom Tourismus, ihr seid schon froh, dass sie da sind? Oder denkt ihr so, wenn mal ein bisschen weniger Zustrom ist, wäre es ein bisschen ruhiger? Oder seid ihr da eher froh, dass das Sauerland quasi die Alpen für die Niederländer sind? Ja, also für die Niederländer sind das die Alpen. Aber auch für ganz viele, die in Norddeutschland wohnen, sind das ja auch quasi die Alpen oder die im Ruhrgebiet sind. Also wir sind sehr froh, dass die da sind. Es ist auch schön, dass die die Natur genauso genießen wollen, wie wir das halt auch machen. Von daher, ja. Und ehrlicherweise, wenn ich draußen unterwegs bin, erkenne ich nur am Nummernschild, woher quasi die Person kommt. Aber wenn ich die auf dem Rad sehe oder sonst, wenn die was einkaufen sind, erkenne ich nicht, ob die Sauerländer sind, ob die aus Hessen kommen oder aus den Niederlanden. Also von daher. Radfahren verbindet, Mountainbiken verbindet. Man hat halt, wenn man im Bikepark ist, hat man so seine Erfahrungen. Man sieht so spezielle Gruppen oder auch im Trailpark, wo viele schon so mit Sattel oben, rasierten Beinen und Cross Country-mäßig eher unterwegs sind. Oder halt mit Jeans und Protektoren drüber. Aber das ist natürlich jetzt ein bisschen ein Klischee. Ich finde es nur interessant, dass die Leute als Fahrtechnik-Trainer, wo ich ja so meinen Background habe, schwer zu greifen sind. Aber ich habe schon mal auf Englischkurse gemacht. Nur weil jetzt extra Niederländisch lernen, habe ich jetzt nicht gemacht. Wobei die schon auch sehr englisch-affin sind. Also ganz viele. Und ganz viele sprechen ja auch Deutsch. Also als ich zum Beispiel auch immer in den Niederlanden war, habe ich so mit meinem gebrochenen Niederländisch angefangen. Haben die immer auf Deutsch geantwortet und haben gesagt, ich spreche halt besser Deutsch als du Niederländisch. Und dann ging das immer ganz gut klar. Aber ja, also mir ist immer relativ egal, was die tragen. Hauptsache, die sind vorsichtig mit sich und mit anderen im Umgang. Und dann kommen wir doch, wie du gesagt hast, verbindet doch das Fahrrad. Und dann kommen wir doch gut klar mit allen. Also zum Ende. Danke für deine Antworten. Ein kleines Shootout. Immer zwei Möglichkeiten. Und du musst dann immer eins auswählen. Genau. Also im Winter Skifahren oder Winterbiken? Eindeutig Skifahren. Willingen oder Winterberg? Beides. Okay. Schwierig. Geht nicht. Keine Öffentlichkeit. Darfst du nicht weit sagen. Okay. Ich antworte Sauerland darauf. Okay. Ja, was würdest du eher machen? Party Sauerlandstern oder Wellness Winterberg? Dann Party und mir egal wo. Okay. Gut. Volleyball oder Radfahren? Mit dem Rad zum Volleyball und dann mit dem Rad wieder zurück nach Hause. Ganz klare Antwort. Sehr gut. Kaskantri oder Zyklocross? Zyklocross. Ford Fun oder Panoramapark? Wahrscheinlich Ford Fun, weil näher dran bei mir. Aber kenne ich beide noch nicht so richtig. Skispringen in Willingen oder Bobbahn? Und ich gehe auf nächstes Jahr Weltmeisterschaften in Winterberg. Nämlich beim Bob. Ah. Okay. Aber ich nehme mir dann eigentlich auch noch fast viel lieber die Weltmeisterschaften im Skispringen. Mal gucken, wann die dann kommen. Okay. Gravelbike oder Fatbike? Nix Falsches sagen? Gravelbike. Ah. Okay. Bein rasieren oder Fell an den Beinen? Eindeutig Fell an den Beinen. Okay. Ist ja untypisch für Rennradfahrer. Ja. Okay. Ich muss nur überlegen. Ist mir zu aufwendig. Ja. Das sehe ich genauso. Ja, Winter hast du ja schon gesagt. Ein Trailcenter oder Bikepark? Trailcenter. Wenn du jetzt mal irgendwo anders spionieren willst, Harz oder Pfalz? Dann würde ich die Pfalz nehmen. Österreich oder Schweiz? Österreich. Okay. Ja, cool. Jetzt muss ich noch eins ausdenken, was irgendwas mit Sauerland zu tun hat und dann... Darf ich noch eins zurücknehmen? Meine Antwort von gerade Österreich oder Schweiz? Ja. Ich würde Tschechien nehmen. Okay. Ah, wegen den Trailcenters. Ja. Die es da gibt. Okay. Spannend, spannend. Okay. Im Winter Indoor-Training oder Outdoor-Schinderei bei jedem Wetter? Outdoor-Schinderei bei jedem Wetter. Sehr, sehr gute Antwort. Ja, da kann ich mich eindeutig mehr zu motivieren, als drinnen zu machen und ich habe auch Rolle und bin auch drinnen auf der Rolle ein paar Mal gewesen, aber ich finde es viel, viel cooler, rauszukommen und draußen zu machen und dann muss halt nur die Aktivität, also die Anstrengung zum Wetter passen und dann geht das sogar bei Minusgraden. Energie Riegel oder Gel? Energie Riegel. Okay, dann danke ich dir und nächstes Event, wo seid ihr anzutreffen? Wir sind nächstes Mal bei den Gravel Games in Herthen. Ja, dann sind wir da und dann natürlich gerne wieder nächstes Jahr hier in Willingen beim Bike-Festival. Super, ich danke dir. Ich danke dir auch. So, jetzt sind wir am Stand von der DIMP, die Deutsche Initiative für Mountainbiken, also quasi die, die sich beruflich auch lobbyistisch für unsere Rechte einsetzen, Wege, Wegerecht und so weiter. Und wir haben hier den Heiko. Ja, und meine Frage an dich, das wievielte Mal bist du schon hier im Sauerland? Hallo Marc, also nach der Corona-Zeit jetzt das erste Mal, aber vor Corona, ich habe nachgezählt, fünfmal schon Bike-Festival Willingen und davor privat auch schon mal Winterberg-Willingen. Also ich glaube, ich bin schon Stammgast hier. Welcher Bike-Gattung oder so kann man dich zuordnen oder mischt du das wild? Ich bin schon seit früher eher so Richtung Cross-Country-Marathon, heute schon noch mit dem 29er-Harttail auf einfachen Singletrails, würde ich sagen. Okay, Vario-Stütze oder Sattel oben lassen? Ich habe das Sattel noch tatsächlich oben, wenn es ganz steil wird, muss ich halt den Schnellspanner lösen. Okay, und fährst du denn Baggy-Hose oder Lycra-enge Klamotten? Ich war lange in Lycra unterwegs, aber mittlerweile habe ich sogar zwei Baggies im Schrank. Okay, super. Du setzt dich ein für offene Trails, für die Belange von Mountainbikern, die sich Strecke bauen wollen oder legalisieren wollen. Von den ganzen anderen Lobbyistengruppen, Forst, Jagd und so weiter, wer sind denn die nervigsten und hartnäckigsten? Naja, nervig wollen wir jetzt nicht sagen, aber Ruhrwiderstände kommen eher aus dem Bereich Naturschutz und aus dem Bereich Jagd, während mit den Wanderern haben wir zum Teil schon Kooperationen, gemeinsame Wegpflege und auch beim Forst spüre ich schon eine Offenheit, auch beim Tourismus ist eine Offenheit. Aber ja, das Thema Naturschutz, Klimawandel sehen wir natürlich alle, das ist schon stark. Wenn du dir so eine Top 3 machen würdest, in welchen Regionen, Bundesland die Feindschaft gegenüber Baikern am größten ist, gibt es da irgendwie so ein bisschen deine eigene Statistik oder ist das bundesweit gleich verteilt? Ich würde sagen, bundesweit gleich verteilt, vielleicht gibt es leichte regionale Unterschiede, aber die Fallzahlen sind ja so niedrig, dass es also gar keine große statistische Relevanz hat. Man wird vielleicht mal irgendwo angesprochen, sie dürfen hier nicht fahren, aber das kommt einmal im Jahr bei mir persönlich vor, da kann ich jetzt nicht sagen, diese oder jene Region fällt besonders auf. Urbane Region oder welche Stadt hat für dich denn Vorbildfunktion in Deutschland für andere Städte, die gucken und sagen, sowas sollte es bei uns auch geben? Ja gut, hier nennen wir natürlich immer Freiburg, die schon 10, 15 Jahre mittlerweile jetzt glaube ich 6, 7 Strecken haben. Aber auch in Koblenz ist zum Beispiel ein tolles Projekt entstanden, wo die Gemeinde die Strecken betreut und die Mountainbiker einfach nur mithelfen. Und mein schlechtestes Beispiel derzeit vielleicht ist Stuttgart, wo wir seit 10 Jahren dran sind, was legal ist, auf die Beine zu bekommen und es da ganz stark am Naturschutz hängt. Aber es gibt viele andere Projekte, Neumarkt in der Oberpfalz hat der Deutsche Alpenverein gerade ein neues Projekt am Start. Also wir merken, die Gemeinden werden immer offener für das Thema. Wie ist das denn, wenn man sich die Städte anguckt, manche Leute wollen ja quasi sagen, die Biker kriegen ihre 4, 5 Trails und damit sollen sie glücklich sein. Aber auf den anderen Wegen sollen sie uns in Ruhe lassen. Und manche Biker sagen so, eigentlich wollen wir ja lieber überall fahren dürfen und nur an einem Berg 3 Trails haben ist doof. Was strebt denn die Dimpair an oder was hat sie erfahrungsgemäß mehr bewährt? Wir haben ganz klar Strategie. Wir möchten für die Tourenbiker alle Wege im Wald möglichst nutzbar machen. Vielleicht im Einzelfall mal, dass man sagt, hier soll man nicht fahren. Aber das bisherige Wegenetz soll da nicht offen sein. Aber wir wissen, der Sport differenziert sich. Es gibt Endurobiker, Freeridebiker. Da braucht man gerade in den Ballungsräumen manchmal eigene Strecken, um den Bedarf abzudecken. Und das lenkt dann diese Leute auch weg vom Wanderweg. Und damit haben wir eigentlich mit einem Angebot schon eine Lenkung erreicht, ganz ohne, dass wir mit Verboten arbeiten müssen. Okay, ja, danke dir Heiko. Dann zum Abschluss noch ein paar Shootouts. Also du musst immer zwei Varianten kriegst und eins musst du dann dich entscheiden für. Okay. Okay, also ich weiß nicht genau, wie das bei euch im Ländle ist. Hier fragt man immer Kölsch oder Alt hier? Pilz. Pilz. Okay. E-Biken oder Rennrad fahren, was würdest du eher machen? Derzeit Rennrad fahren. Okay. Eher im Winter Trainingslager auf Mallorca oder lieber Langlauf in den Bergen, Skifahren? Wir wollen 20 Minuten von der Läupe weg, Skifahren. Okay. Schließt dich ja dann an, eher Fatbike fahren oder lieber Gleitsportarten mit Skiern? Ich habe Skating-Ski zu Hause und kein Fatbike. So, wenn Schnee liegt, Skating. Okay, muss ich mal kurz nachdenken. Wenn du andere Länder besuchen willst, um ein bisschen mal zu spionieren, was die so an Trails haben, an legalen, würdest du da eher Richtung Tschechien, in Osteuropa oder mal schauen, was es in Frankreich, Spanien gibt? Also mir gefällt Single-Track-Putz-Märkem in Tschechien sehr gut. Frankreich kenne ich jetzt noch nicht so gut. Also müsstest du mal testen? Müsste ich mal testen, aber Tschechien kann ich empfehlen. Die nächste Veranstaltung, wo man euch sieht? Wir sind jetzt am Imba-Summit in der Schweiz, direkt in drei Tagen und danach muss ich mal gucken, wir sind auch gerade jetzt morgen in Berlin beim Landeswaldgipfel, Bundeswaldgipfel und danach muss man mal gucken, was auf dem Terminkalender steht. Eurobike, Frankfurt. Derzeit leider nur als Gast, kein eigener Stand. Okay, danke dir Heiko und dann frohe Heimreise und viel Erfolg mit den anderen Waldlobbyisten. Ja, Marc und dir auch viel Erfolg mit deinem FahrtechnikTV. Ciao. Danke dir. Ciao.